Hallo YouTuber und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Lego Marvel's Avenger. Wir sind in Afrika, dürfen uns gerade mit den Zwillingen rumprügeln. Den einen haben wir da unten schon platt gemacht, die andere dreht gerade komplett am Rad. Und wir versuchen jetzt hier hinten schnell was aufzubauen. Gott sei Dank sind wir in der Zeit immun. Jetzt dreht sie komplett am Rad, jetzt hat sie auch noch einen fiesen Strahl. Okay, wir werden jetzt erstmal hier Captain America brauchen. Und der ist tot, klar. Sobald man ihn kriegt, stirbt er. Ähm. Ähm. Hey du Arschkopf. Okay. Ich drücke die Taste 3 für die ganz klugen unter euch, die mir jetzt hier schreiben, ja wer lesen kann, ist klar im Vorteil, bla bla bla. Ähm. Ja, tue ich. Okay. Der Kerl, der ist so wasted. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Unglaublich. Endlich. Muss ich zurück lasern oder? Was ist meine große, große Aufgabe gerade? Leute, ist das ein Code grün? Zeit für ein paar Gedankenspiele. Tor, Status. Ich bin mächtig. Nein, 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 nein. Das läuft auch sehr gut. Das läuft auch sehr gut. Ja, da habe ich mich... Sie werden sie brechen. Nur die Zerbrechlichen. Da habe ich mich schon im Film gefragt, was die Scheiße soll. Aber okay. Okay. Man hätte sie einfach töten können. Wäre einfacher gewesen, Leute. Vor allem jetzt wird es echt machbar gewesen. Aber nein. Lasst uns sie in die Träume versetzen. Ja, ich sammle jetzt hier erstmal Münzen. Entspannt euch. Sonst kriege ich den Warn Avenger auf keinen Fall mehr zustande. Okay, hier runter geht's nicht. Ich will mit Captain America nicht tanzen. Hier gibt es eine Fähigkeit, außer... Was ist das hier jetzt? Okay. Also hier gibt es allerdings nicht sehr viele Münzen zum Sammeln. Daher machen wir jetzt einfach hier unser Tänzchen. Haben ja sonst nichts Besseres zu tun. Meine Güte. Man merkt, ich kann Captain America nicht ausstehen. Ich mag den Kerl einfach nicht. Ich mag den Schauspieler nicht. Ich mag den Charakter nicht. Ich mag den Comic nicht. Ich mag den Charakter nicht ausstehen. Ich mag den Charakter nicht ausstehen. Ja. So sollte es eigentlich sein. Du bist allein. Irgendwo. Den hätten es als Captain Iglo lassen sollen. Ist er das? Ist das du die Erstgeborene? Okay. Eine kleine Runde auf Asgard. Mit danzenden Lord Hörnchen. Alles klar. Aber hier gibt es wenigstens ein paar Münzen. Yo, Leute. Hier rentiert sich das Farmen wenigstens. Nice. Also hier rentiert sich es definitiv. Kann ich euch töten? Party People. Aber... Hier rentiert sich es. Was könnte ich denn hier machen? Ey, 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 ey. Nice. Haben wir doch noch eins gefunden. Ab und an rentiert sich es. Das war jetzt unwirrt, dass mir die Dinger gerade in den Tod gesprungen sind, die Münzen. Uncool. Macht man nicht. Aha. Ich will aber kein Feuer löschen. Ja, entspannt euch. Wahrscheinlich will ich es doch. Ich kann es gerade nicht, weil, wie immer halt. Okay. Du bist ein Zerstörer, Odin Zon. Sieh, wohin deine Macht führt. Okay. Abgefahren, Leute. Das war im Film ein bisschen anders. Da ist er doch irgendwo in... in einer Wassergrube oder irgendwas gewesen. In so einer unterirdischen Höhle. Nicht so mein Ding. Ja, lauft nur. Es geht schon. Ich will... Ich will... Ich will den großen Kerl. Das Vibranium ist gleich auf und davon. Und du gehst nirgendwo hin? Natürlich nicht. Ich bin bereits dort. Du begreifst das noch. Aber erst... Fang lieber Dr. Benner wieder ein. Natascha, eine gute Nachtgeschichte wäre gut. Daraus wird nichts. Zumindest im Moment nicht. Das Team ist außer Gefecht. Aktiviere Veronika. Sehr zu spät mit deinem Verstand. Du bist stärker als sie. Du bist Bruce Banner. Und wir an ihren schwachen Banner erwähnen. Sieht nicht so aus, als ob wir in absehbarer Zeit ein Schlaflied bekommen. Macht euch fertig. Veronika sollte uns behilflich sein können. Komm schon, komm schon, komm schon. Wird eingesetzt. Danke. Den Hulkbuster. Okay, komm schon. Wir machen den Hulk platt. Ist das geil, Leute. Gefällt mir richtig. Komm schon. Brucey. Kann ich dich ein bisschen toasten? Ne, ich kann nicht. Schade eigentlich. Aber ich kann mir hier auf jeden Fall ein paar Münzen noch sammeln. Perfekt. Genau das wollten wir. Ich würde das Ding da oben gern zerstören, aber ich weiß grad nicht, wie. Die Ampel, die kann man nämlich zerschießen. So geht's. Danke. Geht doch. Haben wir hier hinten noch irgendwas, was ich sehen und wissen sollte? Hier könnten wir mal safen. Theoretisch. Na gut, machen wir mit dem Hulk weiter. Okay. Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Komm, war mir Füßen, mein Freund. Komm schon. Gib mir den Käfig. Ähm. Ähm. Die Gegend ist nicht sicher. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrer eigenen Sicherheit. Ah, okay. Ich kann die Taste festhalten. Perfekt. Der Sack hat sich das Hühnchen noch gekrallt. Ah, wirklich schön filmgetreu. Komm schon. Nicht cool. Okay. Okay. Das ist hier, ich bin mir hier nie sicher, wann ich die Taste festhalten darf und wann ich öfters drücken muss. Das ist jetzt, glaube ich, hier gerade öfters drücken. Aber das ist, das ist hier, das schaut alles identisch aus. Okay. Jetzt ist King Kong auf dem Dach. Einmal Tee. Machen wir uns hier noch ein paar Münzen? Ja, wieso nicht. Hey Spacko, gehst du runter von mir? Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Zu Ihrer eigenen Sicherheit Okay Okay, ich darf wohl ein bisschen reparieren Alter Schwede, alter Schwede Gefällt mir Komm schon Hulk Werde ich jetzt nicht so Wir wissen beide, wie es ausgehen wird Schöne Pay-TV Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Zu Ihrer eigenen Sicherheit Wo darf ich Gas hin machen Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Zu Ihrer eigenen Sicherheit Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher Wo ich Gas hier machen soll Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Zu Ihrer eigenen Sicherheit Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Zu Ihrer eigenen Sicherheit Komm schon Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Zu Ihrer eigenen Sicherheit Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Haben wir es jetzt dann bald Die Gegend ist nicht sicher Bitte verlassen Sie das Gebiet Zu Ihrer eigenen Sicherheit Würde der Hulk bitte einschlafen Ihr könnt euch gerade nicht vorstellen, wie bescheuert die Steuerung hier ist Mal ganz im Ernst Ich will doch nur darunter, gottverdammte Scheiße Endlich, ein paar mal Komm schon, komm schon, komm schon Haben wir ihn jetzt Ja, komm schon Gute Nacht, gute Nacht, gute Nacht Gute Nacht, gute Nacht Okay, Kumpel, raus aus der Stadt Nicht da lang, nicht da lang Tut mir leid Tut mir leid Tut mir leid Tut mir leid Na, na, na ja leute das wird auf jeden fall ein toller spaß so war der avenger haben wir auf jeden fall geschafft geile sache agent karte haben wir mal gespielt klar heimdall mit heimdall würde ich sehr gerne zocken ich glaube hier mit seinem schwert ziemlich lässig und zwar ist das ja den haben wir leider nicht gefunden ja war ja gar nicht so unerfolgreich hat schon gepasst würde ich sagen so meine freude das reicht aber wieder für heute wir sehen uns im nächsten part vergesst die bewertung nicht schreibt fleißig kommentare und wie immer abonniert mein kanal falls das nicht gemacht hat würde mich mega mäßig freuen vielen dank fürs zugucken wie gesagt bis zum nächsten part